Wenn man euch im Training im Moment zuguckt, wirkt ihr sehr konzentriert. Wie würdest du denn die Stimmung bei euch beschreiben? Ich glaube, konzentriert trifft es ganz gut. Wir wissen alle, dass wir letzte Woche ganz schön Bock mit es verzapft haben. Und vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, dass es jedem klar ist, was wir da gemacht haben. Und jeder sich beweisen will und es besser machen will. Jetzt giltst du als einer der Typen, wie man immer so schön sagt, jemand der vorangeht. Seid ihr im Moment die erfahrenen Spieler besonders gefragt oder ist das eigentlich Quatsch? Mit Sicherheit. Die erfahrenen Jungs müssen uns so ein Ding letzte Woche besonders angreifen, dass wir es nicht geschafft haben, da entgegenzuwirken und das Spiel rumzureißen. Der Verantwortung sind wir uns bewusst und der Kritik stellen wir uns auch. Und jetzt hilft es natürlich nichts mehr, sich mit den vergangenen Dingen aufzuhalten. Wir müssen jetzt gucken, dass wir am Wochenende das schon nichts besser machen. Und wie du gerade schon gesagt hast, jeder wirkt eigentlich sehr fokussiert und konzentriert, um dann am Samstag auf ein anderes Gesicht zu zeigen. Amen. Amen. Amnesty! 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 Amnesty!